Kazan ist die Hauptstadt der Republik Tatarstan in Russland. Mit 1.143.535 Einwohnern ist Kazan die achtgrößte Stadt Russlands. Die Stadt an der Volga liegt rund 800 Kilometer östlich von Moskau und ist ein wichtiges Zentrum des russischen Islams sowie ein bedeutender Kultur-, Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort- und Verkehrsknoten.Geschichte Die Stadt Kazan wurde wahrscheinlich von den Volga-Bulgaren 1177 gegründet. Mit dem Einfall der Goldenen Horde verloren die Volga-Bulgaren im 13. Jahrhundert ihre Unabhängigkeit. Der Niedergang der mongolischen Herrschaft führte 1393 zur Bildung des Kanads von Kazan. Als Hauptstadt des Kanads entwickelte sich Kazan zur Mitte des 15. Jahrhunderts zu einem wichtigen Handels- und Handwerkszentrum. Die an Handelsrouten gelegene Stadt war bekannt für ihre prächtigen Paläste und Moscheen durch Lederwaren und Goldschmiedearbeiten. Kazan war die erste nicht-russische Stadt, die Tsai-Wai-V. 1552 dem russischen Reich einverleibte. Damit gilt Kazan als Ausgangspunkt des russischen Vielvölkerstaates. Kazan brannte infolge der Kampfhandlungen vollständig ab, wurde aber wieder aufgebaut und entwickelte sich zu einem wirtschaftlichen Zentrum. Iwani-V. ließ die Stadt zur Festung gegen Angriffe aus dem Osten ausbauen. Die Stadt zählte etwa 15.000 Einwohner, die Garnison mit eingeschlossen. Die tartarische Bevölkerung betrug nur 6.000 Einwohner, von denen nicht alle völlig sesshaft waren. Ab dem 17. Jahrhundert bezogen auf die 1630er Jahre gibt es über Kazan schriftliche Zeugnisse aus einer Reisebeschreibung in deutscher Sprache, die auch Abbildungen enthält und 1684 entvölkerten Feuersbrünste ganze Straßenzüge von Kazan. Der Wiederaufbau der Stadt wurde bis zum Ende des Jahrhunderts abgeschlossen. 1708 erklärte Peter I. Kazan zur Hauptstadt des Guvernemats Kazan. In den 1770er Jahren wurde Kazan zu einem Zentrum des Pugacho-Aufstands. Eine Feuersbrunst zerstörte zum dritten Mal große Teile der mehrheitlich aus Holz erbauten Stadt. Der Wiederaufbau Kazans erfolgte nach einem von Katharina die zweite autorisierten Generalplan. In einer Mischung aus östlicher und westlicher Architektur wurde das Stadtzentrum in Stein neu aufgebaut und die Straßen begradigt. Kazan entwickelte sich schnell wieder zu einem Handelszentrum für Porzellan, Keramik, Gewürze, Stoffe, Lederwaren, Wein und Früchte. Der Handel brachte Wohlstand in die Stadt. 1791 eröffnete das erste ständige Theater. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte sich Kazan zum industriellen Handels- und Kulturzentrum der Volga-Region entwickelt. Öffentliche und geistliche islamische Schulen wurden gebaut. Tatarische Verlage in Kazan, die ihre Publikationen in großer Zahl an Muslime in den verschiedenen Teilen Russlands verkauften, erleichterten die Verbreitung islamischer Literatur. Die Universität Kazan gehört zu den ältesten Russlands. Nennenswert ist, dass Kazan zwischen 1807 und 1854 ein Zentrum für Orientalistik war. Hier konnte man Türkisch, Persisch und Arabisch sowie ab 1844 Mongolisch studieren. Es gab deutsche Dozenten, die keine Russisch sprachen und in lateinischer Sprache unterrichteten. Aber ab 1826 vor allem der junge Gelehrte Mirza Kazembek, der persische Wurzeln hatte. 1843 wurde hier erstmals eine zweisprachige Ausgabe mit klassischer persischer Literatur publiziert. Und zwar eine Teilausgabe von Nesami's Sieben Schönheiten. Ab 1844 studierte Tolstoi in Kazan Orientalistik. 1870 erschien in Kazan die erste gedruckte Version des heute in viele Sprachen übersetzten Buches aufrichtige Erzählungen eines russischen Pilgers. Eines Klassikers der ostkirchlichen Spiritualität durch, dass das Jesusgebet weltweit bekannt wurde. Der Jurastudent Lenin beteiligte sich hier Ende der 1870er Jahre in Kazan an Studentenprotesten. Nach der Oktoberrevolution von 1917 begann der russische Bürgerkrieg. In dessen Verlauf Kazan nach längeren Kämpfen am 6. August 1918 von Truppen der auf der Seite der Weißen Armee stehenden tschechoslowakischen Legion eingenommen wurde. Am 10. September 1918 eroberte die Rote Armee die Stadt zurück. Am 27. Mai 1920 wurde Kazan mit Gründung der tartarischen ASSR deren Hauptstadt. Im Rahmen der deutsch-sowjetischen Militärkooperation gemäß dem Vertrag von Rapallon erprobte die deutsche Reichswehr zusammen mit der Roten Armee. Von 1926 bis 1933 im Geheimen in der nahegelegenen Panzerschule Kammerpanzer bildete an ihnen aus und entwickelte neue Panzertaktiken, unter anderem wurde dort der Großtraktor umfangreichen Tests unterzogen. Die Übungen bildeten den Grundstein für das später erfolgreich angewandte Blitzkrieg-Konzept. Mit der Machtübernahme der nationalsozialistischen Regierung endete die Zusammenarbeit. Zahlenmäßig wurden insgesamt lediglich 30 Panzerfachleute ausgebildet. In der Stadt bestand das Kriegsgefangenenlager 119 für deutsche Kriegsgefangene des Zweiten Weltkriegs. Seit dem Zerfall der Sowjetunion ist Kazan Hauptstadt der Autonomen Republik Tatarstan innerhalb Russlands. Wappen Beschreibung In Silber steht auf einem grünen Schildfuß ein goldgekrönter, goldbewehrter, rotflügeliger Schwarzer Seeland mit roter Schwanzspitze. Der Schild der Stadt ist ohne Krone. Diese gibt es nur über dem Wappen des Königreichs Kazan. Das erste offizielle Wappen von Kazan wurde am 18. Oktober 1781 genehmigt. Modernisiert wurden Wappen und Flagge im Jahr 2005. Im Jahr 1926 gab es ein Verbot der Heraldik, da Basilisk und Drache Stärke, Weisheit und Unbesiegbarkeit symbolisieren. Auch die Erde, das Leben und den Reichtum symbolisiert diese Wappenfigur in diesem Kulturkreis. Bevölkerung Ethnische Gruppen Die Bevölkerung besteht laut russischem Zensus aus dem Jahr 2010 zu 48,6% aus Russen und zu 47,6% aus Tartaren. Daneben leben in Kazan zahlreiche weitere, kleinere Minderheiten wie etwa Schuwaschen, Ukrainer, Mari, Russlanddeutsche, Juden und andere. Religionen Die am stärksten vertretenen Religionen sind das Christentum mit der russisch-orthodoxen Kirche sowie der Islam. Islam Während der sowjetischen Zeit gab es in Kazan nur eine einzige geöffnete Moschee, nämlich die Matjani Moschee. Sie wurde von Mulasch unterhalten, die über eine gewisse theologische Ausbildung verfügten. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entstanden in Kazan zahlreiche neue Moscheen. Im Frühsommer 2005 wurde mit der KUL-Scharif-Moschee die größte Moschee Europas in Kazan eröffnet. Seit 1992 hat die geistliche Verwaltung der Muslime der Republik Tatarstan in Kazan ihren Sitz. In Kazan erscheinen darüber hinaus mehrere islamische Zeitschriften in tatarischer Sprache, D-U-M-R-T-Organ, DIN-V-E-Depso wie Islam-Nuri, DIN-V-E-Mageset und die Frauenzeitschrift Muslima. Von den acht offiziell anerkannten islamischen Erziehungsinstitutionen der Republik Tatarstan befinden sich drei in Kazan, nämlich die Islamische Universität der Russischen Föderation, die Mohammediyya Madrasah und die Madrasah zum tausendjährigen Jubiläum des Islams, die Islamische Universität, die 1998 von der D-U-M-R-T in Zusammenarbeit mit dem russischen Muftirat und dem Institut für Geschichte der Tatarischen Akademie der Wissenschaften. Gegründet wurde, hat ein Lehrpersonal von 25 Dozenten und besitzt seit 2003 Dekasekunden Recht, islamisch-theologische Abschlüsse zu verleihen. Die Mohammediyya Madrasah, die 1881 gegründet, nach 1918 unter den Sowjets geschlossen und 1993 wieder eröffnet wurde, ist eine Madrasah, an der Jungen und Mädchen ab 14 Jahren studieren können. Die Madrasah zum tausendjährigen Jubiläum des Islams wurde erst 1990 außerhalb von Kazan gegründet und zog 1991 in die Stadt. Sie bietet eine vierjährige islamische Ausbildung an und verfügt über zwölf Dozenten. Religiöse Minderheiten Unter den religiösen Minderheiten sind auch Katholiken, Protestanten, Juden, Ba'ai und Krishna mit eigenen Gebetshäusern vertreten. Wobei die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde von Kazan ein eigenes Kammerorchester unterhält, Bevölkerungsentwicklung Anmerkung. Volkszählungsdatensprache in Kazan sind Tatarisch und Russisch Amtssprachen. Während Tatarisch hauptsächlich von Tatarin gesprochen wird, beherrscht nahezu die gesamte Bevölkerung der Stadt Russisch. Das Russische dominiert insbesondere auch im Geschäftsleben. Sehenswürdigkeiten Die Stadt gilt als eine Perle der Architektur, die Orient und Oktzident in sich vereint. Der Kazaner Kreml gilt als einer der schönsten seiner Art und ist aus diesem Grund in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen worden. Dort steht auch der ehemalige Gouverneurspalast, der von 1843 bis 1853 anstelle des Kahnpalastes vom russischen Architekten Konstantin Thon errichtet wurde. Darüber hinaus errichtete Thon die daneben stehende Schlosskirche. Anlässlich des erfolgreichen Feldzuges nach Kazan ließ Ivani v. eine Kathedrale in Moskau errichten, die Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz. Gleichzeitig wurde auf Befehl des Zaren eine kleine hölzerne Kirche im Kazaner Kreml gebaut, die schon nach drei Tagen fertig war. Später wurde diese Kirche umgebaut und seit vermutlich 1556 steht im Kazaner Kreml eine prachtvolle orthodoxe Kathedrale, die Marie-E-Verkündigungskathedrale. Diese Kathedrale ist das älteste Baudenkmal des Kazaner Kremls. Nahe der Marie-E-Verkündigungskathedrale befindet sich ein Turm aus rotem Ziegelstein, der Suchembaik-Turm. Der nach der letzten Regentin des Kazaner Kanats benannte Turm entstand im 18. Jahrhundert. Hinter dem Turm befindet sich ein Mausoleum mit den Sarkophagen der Tatarischen Kanne. Anlässlich des 1000-jährigen Bestehens im Jahre 2005 wurden der Kreml und andere Gebäude renoviert. Der Hauptturm des Kazaner Kremls ist der Sparski-Turm oder der Erlöserturm. Dieser Turm wurde im 19. Jahrhundert errichtet. Aber nach der Meinung einiger bekannter Architekten stammt das erste Stockwerk des Turmes aus dem 16. Jahrhundert und wurde noch von den russischen Baumeistern Postnik Yakovlev und Ivan Sharyayev erbaut. Bis zur Oktoberrevolution 1917 befand sich im obersten Stockwerk eine Kapelle und noch heute kann man dort Umrisse der Kirchenfenster erkennen. Ganz oben auf dem Turm ist ein Stern angebracht, der in den 1930er Jahren aufgestellt wurde. Heute wird oft darum gestritten, ob der Stern hier passend ist. Aber die Regierung ist der Meinung, dass ein Kreuz die Tartaren und ein Halbmond die Russen beleidigen könnte. Bauwerke in Kazan-Suchem-Bike-Turm Marie-E-Verkündigungskathedrale K.U.L. Scharif Moschee Metro Kazan Staatliche Universität Kazan St. Katharina Kirche Peter und Paul Kirche Nurula Moschee Sport Der Eishockey-Verein Akabas Kazan spielt in der kontinentalen Hockey-Liga. Der Fußballverein Rubin Kazan vertritt die Stadt in der Premier-Liga. Im Jahr 2008 wurde der Verein erstmals russischer Fußballmeister. Der Erfolg konnte im Jahr 2009 wiederholt werden. Der Basketballverein ONICS Kazan spielt in der Super-Liga Russland. Die Volleyballvereine VKC Nid Kazan und VK Dynamo Kazan spielen in der Volleyball-Super-Liga. Die Stadt wird im Feldhockey durch den Verein HC Dynamo Kazan vertreten. Punkt. Im Jahre 2011 fanden die Europameisterschaften im Gewichtheben in Kazan statt. 2013 war die Stadt Gastgeberin der Sommer-Universiade und 2014 der Fecht-Weltmeisterschaften. 2015 wurden die Schwimm-Weltmeisterschaften in Kazan ausgetragen. Verkehr Das Verkehrsnetz ist gut entwickelt, wozu auch die Schifffahrt auf mehreren Flüssen, unter anderem auf der Volga und der Kammer. Und der internationale Flughafen beitragen wurde anlässlich des 1000-jährigen Jubiläums der Stadt die Kazaner Metro eröffnet. Sie umfasst derzeit eine Linie mit sechs Stationen und soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. Derzeit befördert sie an und 30,3 Millionen Passagiere. Weitere öffentliche Verkehrsmittel der Stadt sind die Straßenbahn, Busse, Trolleybusse und Marschruttkas. Die Stadt hat auch einen Fernbahnhof, einen Binnenhafen sowie einen internationalen Flughafen. Wirtschaft In Kazan befinden sich zwei große Flugzeugwerke. Die Kazan Aircraft Production Association, bekannt durch Flugzeuge wie P8IL 62, Tu-104 oder Tu-160 DOAO Kazan Helikopters. Bekannt durch die MIL-MI-8 und MIL-MI-17 Hubschrauber, Ferner OAO Kazan Motor Building Production Association. Ein Hersteller von Flugzeug- und Gasturbinen und MVIN Company, ein Flugzeugausrüster und Fallschirmproduzent. Auch Betriebe der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie eine Produktion medizinischer Geräte befinden sich in Kazan. Basierend auf der Ölwirtschaft Tatarstans, auf der wachsenden verarbeitenden Industrie, auf Bauwirtschaft, Tourismus und Handel U.A. Mit türkischen Importeuren und Exporteuren hat sich Kazan zu einem florierenden Zentrum mit überregionaler Bedeutung entwickelt. Bildung und Universitäten Kazan beherbergt eine Vielzahl an Universitäten und weiterführenden Bildungseinrichtungen. Von besonderer Bedeutung ist die staatliche Universität Kazan, die zweitälteste Universität Russlands. An ihr studierten zahlreiche bedeutende Persönlichkeiten der russischen Geschichte, darunter Lenin und Tolstoi. Filiale der Militärischen Artillerie-Universität. Filiale der Staatlichen Handels-Universität Moskau. Filiale der Universität für Verbraucherkooperation Moskau. Filiale des Juristischen Instituts des Innenministeriums Russlands. Filiale des Energetischen Instituts Moskau. Filiale des Instituts für Panzertruppen Chelyabinsk. Institut für Ökonomie und Recht. Institut für Ökonomie und Verwaltung. Institut für Ökonomie, Verwaltung und Recht Kazan. Institut für soziale und geisteswissenschaftliche Kenntnisse. Institut für Business und Verwaltung Kazan. Institut für Finanzen und Ökonomie Kazan. Kommando-Ingenieur-Hochschule Kazan. Staatliche Akademie Kazan für Architektur und Baukunst. Staatliche Akademie Kazan für Kultur und Kunst. Staatliche Akademie Kazan für Veterinärmedizin. Staatliche Landwirtschaftliche Akademie Kazan. Staatliche Medizin-Universität Kazan. Staatliche Pädagogische Universität Kazan. Staatliche Technische A.N. Topolev-Universität Kazan. Staatliche Technologische Universität Kazan. Staatliche Universität Kazan. Staatliches Energetisches Institut Kazan. Staatliches Konservatorium Kazan. Sozialjuristisches Institut. Tatarisch-Amerikanisches Regionales Kolleg. Tatarisches Institut für Geschäftliche Zusammenarbeit. Klima. In Kazan herrscht ein gemäßigtes Kontinentalklima mit kalten Wintern und milden Sommern mit Durchschnittstemperaturen von 20 Grad Celsius. Sonstiges. Deutsches Haus der Republik Tatarstan. Das Deutsche Haus der Republik Tatarstan wurde im Jahr 2000 gegründet. Es ist heute ein Zentrum der Russlanddeutschen sowie ein Zentrum für deutsche Sprache und Kultur. Direktor ist seit 2008 Viktor Dietz. Das Kazan-Phänomen Kazan war Ende der 1960er Jahre eine der ersten Städte der Sowjetunion, in der sich kriminelle Jugendbanden zusammenfanden. Die später auch Ableger in Leningrad und Moskau gründeten diese Entwicklung, die in Kazan von ca. 100 kleinen Gelegenheitskriminellen Pairgroups zu ca. 20 Mafia-ähnlichen Großbanden eskalierte, welche das Kleingewerbe kontrollierten, wurde als Kazan-Phänomen bezeichnet. Der Terminus fand Eingang in die englische Sprache als Kazan-Phänomenon und zog einige soziologische Untersuchungen nach sich. Durch die positive wirtschaftliche Entwicklung nach 2005 hat die Kriminalität stark abgenommen. Städte-Partnerschaften Kazan unterhält folgende Städte-Partnerschaften Türkei-Ankara-Türkei Türkei-Antalya-Türkei Türkei-Balikese-Türkei Deutschland-Braunschweig-Deutschland Seit 1988 Vereinigte Staaten-Brain- und College-Station Texas-Vereinigte Staaten Türkei-Eskishe-Hir-Türkei China-Volksrepublik-Hangzhou-Volksrepublik-China Zimbabwe-Harare Zimbabwe Indien-Heiderabad Indien Türkei-Istanbul Türkei Saudi-Arabien-Jedda Saudi-Arabien Lettland-Jurmaler Lettland Ägypten-Almenufia und Al-Kaljubia Ägypten Bulgarien-Schumen Bulgarien China-Volksrepublik-Schenzen Volksrepublik-China Iran-Tepris-Iran Italien-Orbino Italien Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt Zu den Söhnen und Töchtern der Stadt Kazan gehören unter anderem der russische Poet Gabriel Deewin, der deutsche Pianist Georg von Albrecht, der österreichische Astronom Karl Ludwig von Litro, die russische Schauspielerin Schulpan Shamatova, der Generalstabschef der russischen Streitkräfte Valerike Rassimo, der russische Eishockeyspieler Dimitri Obucho, der berühmte russische Opern-Sänger Fyodor Shalyapin und der oberste islamische Würdenträger in der russischen Föderation Talgat Turchodin. Prominente, die in Kazan lebten und wirkten, Josef Johann von Litro, österreichischer Astronom, gründete eine Versuchssternwarte in Kazan. Vater des Astronomen Karl Ludwig von Litro, Nikolai Lobatschewski, Mathematiker, Gabdola Tukai, tatarischer Volksdichter, Literaturkritiker, Essayist und Übersetzer Yevgeni Savoyski, Physiker Untertitelung des ZDF, Nikolai Lobatschewski, Physiker